Hallo, schön, dass du reingeklickt hast. Ich bin Karin Kneitschel und möchte dir kurz einen Eindruck über mein Business geben. Ich unterstütze Menschen, ihre Produkte und ihre Dienstleistungen und vor allem sich selbst besser zu verkaufen. Als Verkaufs- und Führungskräftetrainerin arbeite ich mit dir, um auf deiner beruflichen Erfolgsleiter den nächsten Schritt zu gehen. Geht es um Unsicherheiten, ob und wie du am richtigen Weg zum exzellenten Verkaufsprozess bist? Siehst du dich als Berater und weißt nicht wirklich, wie du deine Dienstleistungen verkaufen kannst? Oder willst du einfach mehr Geld verdienen, höhere Umsätze und Deckungsbeiträge erwirtschaften, ganz viele neue Kunden gewinnen und mehr Zeit, mehr Lebensqualität für die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben? Als Trainerin und Business Coach versichere ich dir, Verkaufen macht glücklich. Ich freue mich über dein Like auf meiner Seite Karin Kneitschel, Training und Coaching. Ich freue mich über dein Like, Verkaufsprozess Ich freue mich über deine Followerscheibe Soldier Verkauf es dir, хотите du dich als Mann tauch bist? Bis zum nächsten Mal. 内ета